Wandbahn. Egal. Du bist das PvP-Wunde. Von beiden Seiten. Hast du eine Stärke? War vielleicht jetzt schon etwas dumm, oder? Lös Kaul mal ein bisschen. Ja. Rechts. Da rennt wieder zurück. Nächste Küche. Der rennt. Einer kommt. Unterstützung kommt. Beide rechts. Zwei rechts. Drei rechts. Ist der dumm? Es passiert gar nichts, ne? David, ich komme mal zu dir. Soll ich auch stärken nehmen? Wollen wir hier pushen? Pass auf, pass auf rechts. Rechts sind jetzt vier. Jungs! Ja, easy eins! Ah! Oh! Weg da! Pass auf, pass auf, pass auf hinter dir! Geh, seh wie ich lau... Sind nur noch drei, alles gut. Weg! Du hast die Mitte! Du musst nur die Mitte halten! Rechts von dir sind jetzt welche. Wie lange geht es denn noch? Äh... Die... Baut sich langsam ab, die Möbel. Äh... Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Und der andere kommt! Der andere kommt zu dir! Der andere kommt zu dir! Der andere kommt zu dir! Hinter dir! Junge! Pass auf, hinter dir! Junge! Vorne und hinter dir! Jetzt hinter dir wieder! Ich speck den, äh... Im... Äh... Osten! Also der, wo jetzt so läuft, wo abgeschossen wird! Du kannst den abballern! Äh, der kommt von... Der kommt von links! Hinter dir! Hinter dir! Äh, rechts! Der hat kurz rausgeguckt! Der hat einen Geppel gegessen! Der hat einen Geppel, oder? Der hat irgendwas gegessen! Oder ein... Links, links, links! Er baut dir in die Wand! Er fliegt gleich runter, die Mitte baut sich gleich ab! Aber... Ey, ich mein... Du hast einen! Du hast einen! Nice! Du hast noch eine Enderpelle, ne? Nein, du... Du machst jetzt einfach nur mit dem Bung! Das baut sich jetzt ab und der fällt dann gleich runter! Pass auf! Ja, du musst ihn nur weghalten! Der muss gleich pushen! Der ist gleich tot, ne? Dahinter der Wand! Dahinter der Wand! Dahinter der Wand! Noch zwei Blöcke! Achtung! Schieß! Nice! Nochmal! Easy! Du! Ja, gut, aber einen... Tier, Junge! Gut! Sieh mal... Du, es hat ja nur wieviel Stunden gedauert? Hast du eine Aufnahme? Egal, du hast das mal... Steffen, Mensch, kannst du ja auch viel...